hallo und herzlich willkommen zurück zu anno 1701 und ja nach ein paar tagen ja ohne videos geht es jetzt hier wieder weiter warum kamen keine videos ja ich war auf der gamescom habe da anno 1800 getestet alles mögliche was man mit alle alles was man somit anstellen machen kann habe ich gemacht und ja war sehr schön an 1800 freue mich auf jeden fall drauf hat es ja auch schon vorgestellt deswegen bin ich da voller zuversicht dass das gut wird so was ist hier los hat er hier in der hauptwitzenstellung zu der tor macht dann habe ich ja gar nicht gesehen dann fahren wir wieder weg schön versenken das ding ja in der letzten folge hatten wir ein bisschen herr schabernack bei der madame nadaski getrieben wo jetzt hier auch die ganze stadt abbrennt also hervorragend nichtsdestotrotz genau haben wir keine schiffe hier im oberen bereich deswegen müssen wir mal diese flotte da hinschicken einfach um zur sicherheit da irgendwie was helfen ihr könnt euch mal um das handelsschiff kümmern das wäre ein traum da geht der treffer punkte balken aber ordentlich runter und tschüss so was ist das aus der ladung das bringt mir jetzt irgendwie nichts habe ich das gefühl ach doch stimmt das ok ich war gerade leicht verwirrt das muss ich abgeben fahren ich dachte dass wir wieder so treibt gut was ich halt nur beim northberg in 171 da fahren die kriegsschiffe da fahren die kriegsschiffe da muss ich schnell hin auch sogar handelsschiffe da müssen wir mal ganz schnell hin denn das geht gar nicht dass die hier kriegsschiffe baut und handelsschiffe natürlich die das ja auch nicht bauen denn sonst könnte sie ja sogar noch besuchen lohnt sich ihre bevölkerung wieder versorgen also hier hat sie ein bisschen wo sind ihre schiffe hin wenn ich fragen darf da unten fährt noch so die hätte ich gerne ja gut soweit so gut drei stück schon auch die scheiße ja das das kriegen wir hin ist halt die frage ob wir dann auch so ob wir das kleine hier verlieren aber hier kommt wie gerufen lasst uns den ja schnell nein ich muss wieder zurück also das ist absolut krass wie viel schaden diese großen kriegsschiffe machen ich bin jedes mal aufs neue begeistert von den dingern und schuss hier ist schlafen land vier kleine handelsschiffe das ist doch schön netter anblick ja und man dann denkt nicht mal dran sogar noch eins boah tschüss kapitän auf der brücke geht da mal hinterher sehr schön macht ihr das du sollst es das eigentlich auch einholen das nenne ich eine prompte lieferung ich bin sehr zufrieden ihr könnt sehr schön das haus hat jetzt hat gerade das bild geruckelt und er etwas gesagt ich dachte schon dass er sich aus der region zurückzieht also das hier ist eine keine ahnung warum ist denn das schiff so langsam das handelsschiff fährt er dem ja extrem weit weg aber was hast du denn okay hopfen das ist noch realistisch wahrscheinlich um ihre kanonen bauen zu können alter haut die die kriegsschiffe raus das gibt es ja gar nicht ein glück dass wir da jetzt hinterher sind weil sonst hätte sie jetzt wie viele waren denn das jetzt fünf stück bestimmt schon apropos was sagt unsere ok 20 minuten dauert es leider noch und du darfst auf keinen fall deine waren abgeben denn das ist ganz schlecht wenn das soweit käme denn dann hätte er wieder er ist halt die frage was er jetzt da drin hat aber er hat auch keine kaufleute mehr also die haben und es war sogar leer ok dann können wir nochmal angreifen ja der hat eine extrem viele truppen müssen wir mal schauen also am besten ist wenn wir den halt echt ausräuchern spion haben wir leider auch noch nicht aber gut jetzt glaube ich müssen wir uns erstmal um unsere siedlung kümmern denn das parfum geht runter also ok wir haben zu viel von allem das heißt wir können da ein bisschen was nach produzieren ohne direkt eine ganze neue kette aufbauen zu müssen oder ja ich hoffe ihr wisst was ich meine drei stück sollten dann erstmal diese ganzen sonnenblumen die im lagerhaus sind verarbeiten und dann kriegen wir hier einen schönen vorrat und dann ja schauen wir mal pralinen baue ich auch noch mal ein dazu und dann auch noch ein markthaus ok ähm gut 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 wir müssen natürlich gucken dass wir dann auch genug kakao haben aber da ist irgendwas passiert ah siedler nur noch traumhaft traumhaft zweiten blick in die besten liste zu werfen ach du scheiße dass die so weit vom schlag ab sind hätte ich jetzt nicht erwartet 9000 und wir haben 60.000 punkte also woraus setzt du okay die meisten punkte kriegen die genau durch ihr militär die sind auch schon fast pleite habe ich das gefühl minus 16.000 wie setzt sich das ok minus 400 hat er und du hast 0,1 punkte für eine goldmünze und du hast 1593 punkte das heißt du hast noch 15.000 kann das sein ja fast 16.000 das ist mir ein bisschen zu viel wo kriegst du das ganze geld her das ist die haben noch zu viel geld die werden uns leider nicht pleite gehen habe ich das gefühl ich hatte glaube ich auch wann waren das vor elf minuten na doch ok die bilanz die ist ordentlich am sinken also vor elf minuten wenn er jetzt tatsächlich 16.000 haben sollte dann ist das ja interessant dass er dann nur noch so wenig hat so wir können jetzt aber erstmal bisschen geld in die forschung investieren dass wir uns mal die schönen ehrengäste einladen können vor allem naja und hier nehmen wir schon die große werft auseinander ich sollte man nicht unterschätzen so da kommen die hobbitzen deswegen müssen wir eigentlich mal gucken wieviel schaden macht so ein großes 20 schaden das ist ja gar nichts so und die große werft brennt ab wir haben wieder irgendwo ein großes ein kleines kriegschiff versenkt da kommt das nächste immer schön wenn da die truppen verschwinden die siedlung eines ihrer mitspieler hat sich weiterentwickelt ok er hat schon wieder die bürger erreicht hm nicht so schön aber gut er war vor zu seinem ja hochpunkt ähm achso ja jetzt ja aber die hobbitzen haben so wenig trefferpunkte boah wieso machen die denn also irgendwer muss mir nochmal diese anno engine erklären die kriegs engine dann müsstet ihr doch gegen euch auch viel schaden ja ne 45 geht jetzt so vielleicht vielleicht machen schiffe gegen die einheiten so viel schaden die quasi sich verteidigen können und dann gegen einheiten die nur blöd rumstehen wenn sie angeschossen werden verlieren die nichts kann das sein ich weiß es nicht ähm seid nicht zu stolz zu kapitulieren rüstet sich damit möchte jetzt sie ist so ein scherz keks die wird mich nochmal richtig kennenlernen wenn wir da auf ihrer insel landen dann wird sie sehen was sie davon hat so also parfüm geht hoch alles geht so ein bisschen hoch lampenöl bleibt relativ stabil da sollten wir vielleicht jetzt so langsam echt mal ein ähm eine produktion aufbauen so ein kanon alles hört auf euren befehl kanonen kanonen kostet ihn natürlich auch geld immer alles nachzurekrutieren ich hoffe natürlich das wird auch so gewertet da ja die bürger die bürger kann er halt machen er kann alles produzieren ne den alkohol kann er nicht wo kriegt er den alkohol her ach den kauft er ein ich verstehe dann müssen wir kontore versenken wie lauten die befehle wo ist denn die vier es gehört ihr da oben zur vier ja vier da fehlt aber noch eins habe ich das gefühl oder schwimmst du hier hinten ach ne beim haustier ne beim ja dann kommst du mal bitte wieder zurück ok mit einem friedensvertrag wir beide unnötige verluste schön dass ihr euch da ah Mist jetzt habe ich wieder nicht nachgedacht ey scheiße welchen vorschlag willst du unterbreiten wir schätzen deine ergebenheit ja äh kriegen wir vielleicht noch einen handelsvertrag nö dann erkläre ich dir jetzt wieder den krieg ok ich wollte halt das geld haben wie du unsere freunde vernichtest ja das müsste leider ich beobachte genau was um mich herum geschieht ach so das tust du ihr schiff wird sie gegnerischen feuers so wir werden mal hier ein bisschen die stadt attackieren habe ich einfach mal lust drauf obwohl ein bisschen viel was sich hier ja gut eigentlich sollte das alles relativ schnell kaputt gehen so dann das wachhaus bitte noch gut ich hoffe natürlich dass er auch alles wieder nachbaut damit es schön geld frisst du hast es echt faust dick hinter den ohren ein kleines handelsschiff hervorragend 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 sechs große kriegsschiffe und ein kleines finde ich schon ein bisschen dubios dass die dann ach der hat einen kleinen radius ha ist ja ulkig dass die nur so wenig schaden machen so wir schießen ihm alles zu brei was wir in die finger bekommen und hier geht es natürlich weiter damit das ist weg können wir mal ein bisschen was hier von dem ganzen müll hier verkaufen den wir eh nicht brauchen pferde können wir auch weg geben das bringt bringt alles nicht viel aber besser als nichts so giftmischer haben wir wieder verfügbar soll es jetzt der castelli sein oder der die madame konstanz ne ich glaube wir werden mal ein bisschen beim castelli für ärger sorgen achso und hier müssen wir nochmal ich mache mich vom acker sonst knöpfen die mich auf handelsgebäude übernahme bereit ihr wisst wie man sich eine feindschaft erhält gut und den schießen wir auch zu brei das ist doch traumhaft traumhaft ok ja das sieht sehr gut hier aus boah den senat ich will eigentlich holt euch mal den senat achso du hast nicht die reichweite das wäre mir neu wenn jetzt kleine kriegsschiffe nicht so eine hohe reichweite haben wie große kriegsschiffe boah den senat zu zerstören das dürfte glaube ich ordentlich was kosten was kostet der denn ach tausend gold so leute kriegt ihr das hin oder muss ich wieder hier trick 17 anwenden ein handelsgebäude kann übernommen werden dann schießt auf das worauf ihr bock habt so was kann übernommen werden das da wir könnten auch einfach mal hier die insel besiedeln die flotte ist bereit und ihn damit mal so ein bisschen ärgern da fährt schon wieder so ein halb zerstörtes schiff rum das gibt es doch gar nicht wie lauten die befehle wie lauten die befehle so ihr habt ja gar nichts zum schießen das geht ja gar nicht so perfekt also giftmischer ist leider äh ah ne sekunde giftmischer hier 32 minuten ich dachte grad ich hoffe deine leute können schwimmen so markthaus wurde da hinten wieder gebaut haben wir vielleicht auch irgendwo eine andere küste wo man auch nochmal viel holen kann nö 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 die haben wir leider nicht ich würde eigentlich gerne noch den spion einsetzen ja und der muss mir dann jetzt noch ein paar infos über den castelli bringen wir haben auch den giftmischer von oh tatsache wir können den senat beschließen ach du scheiße ja 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 baut einfach ein großes kriegsschiff also wenn es weiter nichts ist ne so feuerfrei sag ich da nur ja das ist langsam darf er eigentlich gar kein geld mehr haben so viel wie der jetzt baut 4500 nochmal für so ein kriegsschiff ich versuche ihn halt so ein bisschen halt pleite zu kriegen damit er eben bankrott geht ähm denn dann sparen wir uns den angriff auf seine insel so indem wir halt hier seine ganzen sachen versenken ne große werft ist teurer als der senat also sachen gibts so dann fahrt mal alle wieder hierher ähm gut ich wir könnten aber auch schon mal so langsam wieder unsere unsere truppen rekrutieren kanonen 342 das reicht ähm 800 ja 10 stück wir brauchen glaube ich mehr der igor jägerhof der hatte ja auch nicht mehr viel das gute geschäft mit euch entschädigt für die weiter so jetzt aber spion bitte ich versuche so viel wie möglich herauszufinden nicht abhauen spion jawoll eine produktion kommt zum erliegen ähm äh stimmt stimmt das müssen wir auch noch machen zack so haben wir hier noch irgendwas ah die ist äh auch bald leer in Anführungsstrichen wie steht es hier unten das ist Route 4 mhm kannst du auch nochmal die erste einladen so so wo läuft mein spion hey ihr da könntet ihr mir vielleicht bei einer kleinigkeit behilflich sein schon wieder ein auftrag versenken wir das schiff wo denn wo denn ach wieder hier vor der haustür wie schön die flotte ist bereit alle schiffe sind ja die 8.000 goldmünzen nehme ich doch gerne mit so eigentlich solltet ihr euch um den senat kümmern aber irgendwie mögt ihr es nicht den senat anzugreifen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und jetzt brechen auch langsam die fps ein oh oh muss ich mal ein bisschen fps entspannen dich sollte man nicht unterschätzen ein glück dass die Folge gleich vorbei ist dann kann ich das beheben haben wir hier wieder ein schiff versenken vermute ah ne hier hinten stimmt ah jetzt leckt es aber ordentlich nicht gut nicht gut nicht gut ähm ich war eigentlich nur noch gerade darauf dass der spion mir was schönes erzählt ich glaube ich speichern mal lieber ab denn das könnte jetzt kritisch werden so komm schon spiel tu es spiel gespeichert dankeschön eine produktion kommt zum erleben so kastelli vor 25 minuten eieieiei das ist echt schlimm mit den fps aua 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 ein kinderspiel an diese informationen heranzukommen dankeschön vor zwei minuten ach 18.000 man was redet der denn da okay ich glaube wir müssen angreifen pleite kriegen tun wir denn nicht oder kriegen wir denn nicht der kriegt irgendwie bei minus 2500 immer noch geld dazu naja gut na gut im vergleich war es weniger vielleicht lügt auch diese bestenliste aber was soll's ich beende jetzt schnell den part sonst bricht die qualität hier vielleicht noch komplett weg also vielen dank fürs zusehen leute und bis zum nächsten mal tschüss